Musik Großartig, herzlichen Willkommen hier in Shanghai. Es ist so geil, ich hätte nie gedacht, dass ich mal in Shanghai auch bin, dass da überhaupt Leute kommen. Und das ist der Ausblick, den ich hier habe. Ich bin hier im, ich habe keine Ahnung, im 70. Stock, kann über Shanghai gucken, leider heute ein bisschen diesig. Und es ist egal, ob das Bielefeld ist, Hilde, München, Hamburg oder Shanghai. Es kommt nur eine Frage, wo kriegt man so eine Hose her? Das ist ja eine ganz, ganz interessante Straße. Und da sind die Stände, die mich interessieren. Da sieht man das. Das ist nämlich Fast Food, so wie es sein sollte. Das waren Stände, wo du an der Straße dann frisch gekochtes Essen kaufen kannst. Und das ist Fast Food. Und zwar gutes Essen, hochqualitativ und nicht so ein Burgerscheiß, der irgendwie keine Nährwertstoffe hat. Schreibst du doch mal die Jaffe, legst du sie doch mal drüber? Leg noch mal drüber? Ist egal, ob sie dreckig. Ein bisschen höher. Ich bin ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Das ist egal. Verígener aber nicht. Ja ich bin ein bisschen höher.